Hallihallo, herzlich willkommen in einer schönen neuen Folge zu Trendfieber. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ich habe ja ein bisschen schon hier gebaut. Zumindest vorhin, bis ich dann angerufen wurde und reingehen musste. Da muss ich leider die Folge noch unterbrechen. Aber ich habe hier was gesehen. Ich gehe nach dem Bahnhof. Da, das, 2, 320. So. Oberleitung, ja. Das klappt. Na, einige Fahrzeuge haben die Lebensdauer erreicht. Wäre natürlich ein bisschen doof. So, tut mir leid, dass das jetzt so einen harten Einschnitt macht. So. So. Einfach nur, dass wir durchgängig 300 haben. So. Ich muss mich dann mal um die Straßenfahrzeuge kümmern. Das wäre noch eine Option. Mache ich jetzt auch erst mal schnell. Aber die Einblendungen, die gehen mir schon ein auf den Keks. Okay, Drums. Die Drums sind im, im Alter. Dann hätte ich gerne mal geguckt, was das für eine Drum ist. Die 35. Okay, dann nehmen wir mal die Tatras. Und dann 10, 14, 16. Die hier. Ändern das um. Und zack. Dann machen wir das so. So, gut. Wir haben hier noch irgendwas. Genau, der Holz-Lkw. Äh, Gitar. Ich würde gerne Gitar. Und ganz gerne Holz. 18. Ja, die Peter-Build, die ist schon ein Hammer. Ja, hier sind die 13er. 16, 13, 16. Äh, komm. So. Nochmal Holz. Nipf den Holz-Lkw. Dann lassen wir alles weg. Alter Schwede, ist das... Okay, gut. Da haben wir das nämlich erst mal. Und da haben wir jetzt nur noch die zwei Züge. Machen wir jetzt auch gleich mit. Äh, Passagiere. Äh, Oh ja, das war die Lok. Hm. Und der fährt auch nicht schnell, schnell, gell? Und da ist nicht mehr. Gut, 90. Und da ist es. Ich glaube, es geht nicht. müsste der werken ja aber 41 110 64 125 weil da auch richtig gut wer 81 obwohl da wird er ja hinhauen ein schienenbus gut triebwagen loks elektrisch diesel elektrisch die 160 und dann wagen passagier 140 160 ich hoffe sogar 200 die hat genau 160 1 2 3 3 3 3 ja komm 23 mal 63 komm noch einmal dann geht das schon oh ja oh ja schaff da unmehr Gott. Eider Schwede. Ja, bestembar. Äh, Güter. Dann nehmen wir das hier. Öl. Ähm. Nebst den Waren. Nebst den Kohle. Nebst den Eisen. Nebst den. So. Und hier Straßen fass ich gerne mal rein quer. Dann nehmen wir so schlimm das ist schlimm sowas man kann nicht mal in ruhe bauen ohne einmal die fahrzeug hat euch so durch zu planen das sind waren wenn man das hängen bleibt so schlimm na gut da haben wir das nämlich erst mal wie braun speichern noch gar nicht angeschlossen ach so das ist das ja ja wenn dann ja außen rum da dann da dann da genau so gut dann müssen wir mal gucken nach wasserberg so 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 man 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 so 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 Das ist echt jenseits von gut und böse. Aber es ist ein Projekt, wo ich sagen kann. Oh Gott, wie das will. Oh, mache ich das. Ja. Ähm. Das ist leider so ein Riesenprojekt. Das ist so ein Riesenprojekt. So. So. Um die halbe Map rum. Das ist schon ein Riesenaufwand. Das ist ein Megaprojekt. Allein schon, weil es so ein Megaprojekt ist. Ein geiles Projekt. Gefällt mir das so. Gut. Gut. So. Wir drehen mal hier. Damit es hier schön stark reinkommt. Und dann. Zack. Oh yeah. Oh yeah. Was ist los? Boah. Alter Schwede. Jede Menge. Neue Sachen. Ach. Schau. Die ganzen Autos hier. Schon schlimm. Einmal. Ähm. natürlich drücken feiner konstruktion fehler also einmal geradet euch bitte mal gucken dann haben wir das nämlich erst mal so gut dann so dann machen wir das erst mal wir haben jetzt eine billion wahrscheinlich oder eine milliarde eine billion knapp eine billion irgendwo waren die fahrzeuge da ja hier ecke sind so schon jede menge fahrzeuge gewesen mal so ein bisschen schade hier werden die züge auch schon langsam die wird ersetzt einfach zentral ja alle ersetzt ist gut das ist gut 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 dann muss ich sagen war das für diese folge wir haben ein bisschen weiter gebaut wir haben jede menge sachen erweitert meine wir haben auch einen zugemacht bei rennsburg da können wir mal mitfahren so mal gucken wo da ist und wie da ist und was er macht und ich bedanke mich für zuschauen wenn es euch gefallen hat dann gebt einen Daumen oben und ja wir sehen uns dann zur nächsten folge und ich sage tschüss tschau und auf Wiedersehen bye bye und das normale geschwindigkeit und das normale geschwindigkeit und er wird tatsächlich und daher und daher fällt mir wird gehen gut ich bedanke mich und ich sage tschüss bis